Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wieso manche Kommunikatoren mehr Einfluss haben als andere? Sie werden staunen. Hinter dieser Art der Kommunikation steckt eine ganze Wissenschaft und das Labor, in dem Sie und ich diese Wissenschaft erkunden, befindet sich genau zwischen Ihren Ohren. Mein Name ist Jeff Blumfield und ich habe meine gesamte berufliche Laufbahn damit zugebracht, Führungspersonen, Verkaufsprofis und Vermarktern dabei zu helfen, auf der Grundlage der tatsächlichen Arbeitsweise des Gehirns effektiver mit Ihrem Publikum zu kommunizieren. In diesem Training werden wir uns mit dem Unterschied zwischen transaktionalen und relationalen Kommunikationstaktiken befassen, der Wissenschaft hinter Vertrauen und Verbindung sowie der Frage, warum dieses Vertrauen manchmal verloren geht. Anschließend tauchen wir in die eigentliche Biologie und Neurowissenschaft hinter dem Gehirn ein und klären, wie es Informationen verarbeitet und Entscheidungen trifft. Nachdem Sie dieses Training abgeschlossen haben, werden Sie nicht nur eine neue Wertschätzung für das menschliche Gehirn empfinden, sondern auch besser in der Lage sein, auf neue Weise zu kommunizieren, um schnellere Verbindungen und tieferes Vertrauen aufzubauen, sodass Sie Ihren Kunden wirklich helfen können, Ihre Probleme auf eine Weise zu lösen, die für beide Seiten von Nutzen ist. Fangen wir an!